Herzlich willkommen bei Lena Hoschek Graz. Wir befinden uns am Johanneum Ring 3 direkt in der Grazer Innenstadt. Lena Hoschek ist eine internationale Designerin und steht für Weiblichkeit, Handwerkskunst und Tradition. Lena produziert zwei Kollektionen pro Jahr, eine Frühjahr-Sommer- und eine Herbst-Winterkollektion und dazu eine Traditionslinie. Das besondere Markenzeichen bei Lena Hoschek sind ihre Bänderröcke. Diese Röcke werden aus einzelnen Bändern zusammengenäht und es gibt sie in unzähligen Farbkombinationen. Die Bänderröcke gibt es auch für unsere Minimis. Für Lena hat die Handwerkskunst einen ganz besonders hohen Stellenwert. Bei uns wird sehr viel mit der Hand gefertigt, ob das die Stickerei auf einem Dirndloberteil ist oder eine handbezogene Schürze. Was uns besonders wichtig ist, ist die Beratung. Doch jede Frau soll sich ein bisschen als Prinzessin fühlen und soll auch als solche unseren Shop wieder verlassen. Schauen Sie bei uns vorbei, wir freuen uns auf Sie! ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung. BR 2018